wir haben jetzt schon halben januar so ja ja halben januar da sagst du was so wir sind wieder da beim nächsten part von minecraft wir haben hier die letzten part sind wir auf suche gegangen nach birkenholz haben aber jetzt tropen und eichenholz gefunden noch nicht so das was wir eigentlich so finden wollten aber natürlich finden wir wenn wir setzlinge finden nehmen wir den natürlichen mit um ja alles hier anzusetzen aber ich kriege nur eichensetzlinge keine von der birke von der birke sag ich schon hier form von der trope die tropen von den tropen da muss ich wohl mal ganz hoch glaube ich apropos höhle ja sogar eine gefunden echt mit eisen und alles ja warte 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 ich wollte gerade ausnehmen warte ich komme ich komme das muss ja auch jemand sehen ach so wenn ich jetzt wüsste wo du bist ja warte wenn ich das gleich wieder finde warte ich bleibe einfach da stehen wo du gerade warst ach da ich sehe dich ah ein tropenholz setzling ja schönes ding ja gut die müssen wir gut aufbewahren hier sind samen oder kakaobohnen jetzt wird es auch noch dunkel aber ich habe fackeln mit gut siehst du mich noch ja ja ich bin hinter dir ja schönes ding natürlich alles mitnehmen auf jeden fall hätte man jetzt so eine schöne achse oder sowas verdoppeln ja das wäre aber wir bewahren die Rohstoffe auf und dann ja ja weil ich glaube so dringend brauchen wir das alles noch nicht schade kein tempel das sieht geil aus hier hier unten geht es auch runter ah kies kies brauchen wir auch für den für den weg ja gut da ist lava ja ich habe aber keine eimer mit die habe ich jetzt auch nicht mitgenommen zufällig war das nicht willst du komplett kies mitnehmen ja ja kies ist schon wichtig finde ich für den weg also viel kies ja hier ist noch sand hier ist auch noch ein bisschen kies und eine spinne höre ich irgendwo ich sag ja man macht immer was anderes was man vorhat ne genau ursprünglich was ganz anderes geplant und dann sowas ja klar auf jeden fall sieht man ja ich sag mal jetzt haben wir kohle eisen äh kies kakaobohn tropenholz also wir können einiges schönes zaubern und hier finde ich noch mehr kohle ich kämpfe noch mit dem kies ja ich bin auch noch beim kies bei aber ich habe hier auch kohle nebenbei gefunden und ich habe keine fackeln mit schade ja ich habe welche ja ich sehe hier so gut wie gar nichts ah danke und du siehst die hälfte hier wieso hier oben hängt auch noch ganz viel ja ja ich habe nur erstmal kies alles abgebaut wo ist die spinne ich habe keine ahnung ich höre sie die ganze zeit aber ich sehe sie nicht sie ist in die laber gefallen das dumme ding geschieht ihr recht ja man sollte sich nicht mit uns anlegen ne genau endet nicht gut es endet im bösen ja ist doch gut so können wir das ganze glas ähm verarbeiten das ist immer noch mehr ey das ist doch heftig so wasch aus aber wir nehmen die wieder mit aber die brauchen wir ja nicht hier lassen die können wir so wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus hier oben eigentlich eigentlich ja doch hier oben eigentlich so hier kommen wir wieder raus ja wir dürfen wir zurück oder ja es sei denn wir finden hier noch irgendwo nö weil ich sag nur dann nehme ich die fackeln wieder mit ja ja nimm mit ja die brauchen wir ja was kostet nach unten na kämpfst du ja ja wir können ja mal hier von level aufgestiegen level 10 ja oh wie gehört noch mehr oder du hast genau da die fackeln hingesetzt wo ich am arbeiten war ja entschuldige aber ich glaube hier unten ist noch mehr alter auf jeden Fall aufpassen dass es geht tief nach unten und wieder kohle gefunden also kies habe ich jetzt zwei stacks das sollte eigentlich gleich lang oder ich habe auch zwei ach machen wir ein drittes ich habe kohle kohle und eine höhle schön das Ding ja ich sehe dich schon du bist Richtung unten du musst nur gerade auslaufen dann kannst du mich nicht verfehlen du musst nur aufpassen ja ja ich bin hier gerade am kohle abbauen hier geht es auch noch nach unten alter oh da ist Eisen da ist die Erkundungstunde hat doch was gutes gebracht hier ja da sagst du was ach da bist du ok oh alter wäre ich fast untergefallen aufpassen das ist heftig die Höhle hier ist noch mehr kohle oh ich sehe Eisen oh und es geht hier tief runter also wir haben hier einiges gefunden wir sind auf Erkundungstour wollten eigentlich was anderes suchen und ja ah ich soll was essen oh vorsichten Creeper falls du dich da durchbohrst oh da ist mir runter gefallen hinter dir ist ein Creeper irgendwo doch da also wo bist denn du auch da oben ich bin oben und jetzt kommt ein Skelett auf mich zu ja viel Spaß nein ich komme das war gar nicht jetzt haben wir vier Eisen alter ja ich komm doch schon ich sag mal ich hab ja vorher zum Glück vorher ein Eisenschwert gemacht das hat sich gelohnt hier hinten war noch was Eisen 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 kommen wir auch wieder raus ähm ich hoffe es doch hier gehts wieder nach oben und hier ist noch mehr Eisen also also Kies brauchen wir jetzt nicht mehr ich würd sagen Kohle langt auch erstmal ich würd sagen dann gehen wir hier wieder raus das sei denn wir finden doch was gutes was wir mitnehmen können ja klar aber wir haben ja nicht so viel mit dass wir sag ich mal uns tief nach unten bohren können darauf haben wir ja jetzt nicht vorbereitet sag ich mal das stimmt aber deinen Punkt müssen wir uns hier mal merken ne ja ja genau so ich hab keine Ahnung wo ich lang lauf ja du bist irgendwie gerade ins dunkle gelaufen ne ja das ist doch falsch hab ich die Fange wieder mitgenommen bist du hier hier lang gelaufen? ja warte ich ich such dich gerade nebenbei hab ich hier noch zwei Eisendinger gefunden da ich seh dich schon mal da bist du war das da richtig? war das ein Zombie das ist doch ähm boom Krübe ja also wir müssen auf jeden Fall nach oben ja wir sind bei dir da oben richtig gewesen was? ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern dass wir hier oben lang gegangen sind ok nun hab ich jetzt auch keine Fackeln und kann gucken ne aber ich glaube hier ist schon mal eine Endstation sonst lass uns doch einfach nach oben graben auch so tief dürften wir ja nicht sein hier ne? deswegen ja na lass mal hier so ans Ende gehen das glaub ich am besten guck hier was ist das denn für eine? er ist ein Wichser und wieder Kohle du baust die Kohle hab ich versuche nach oben zu kommen gut ich hoffe dass die Spitzhacken dafür die Spitzhacken dafür reichen also ich hab noch eine ganze sollte reichen oh hier kommt schon wieder Höhle alter der unten ist Eisen ich glaub das nehmen wir auch noch mit oder? ja oh pass auf doch jetzt dreht die Team nach unten ja hab ich gesehen oh man schön Level steigen hier durch die ganzen Sachen alter das ist viel Eisen ach ist ganz schön hier in der Höhle ne? ja find ich gut dass wir sowas gefunden haben ja klar oh hier ist ein Enderman irgendwo ja ich guck ihn nicht an auch wenn ich ihn nicht sehe aber ja man hört ihn ne? ja alter oh Sünde nein da gehts nach unten ich bin hier weg ich bin hier weg ich sehe Wasser und Lava ähm hier gehts in der tiefen Schlucht nach unten und bist du runter gelaufen? oder wieder hoch? ne ich bin hier den Weg lang gelaufen und ich hab Lava und Wasser gefunden ja ich sehe sind wir wieder zurück oder? ich wollte hier mal ich wollte hier ach hier ist nichts Endstation also hier ist Endstation gut da ist Kohle noch aber das lass uns den Weg nach draußen suchen Kohle auch noch mitnehmen? ach lass nach draußen wir brauchen die Spitzhecken um rauszukommen noch nicht naja deswegen ja guck mal hier ist ja auch noch alles voller Kohle ja wir müssen uns die Höhle mal merken und dann halt wenn wir halt die richtigen Urtelsilien haben dass du da uns dann da mal durchbuddeln sag ich mal so wo holt ich ihn jetzt hoch? ich wusste gar nicht mehr wo ich versucht hab zu graben also ich geh jetzt hier hoch jup oh sonnenlicht siehst du schon was? ja ich bin draußen hm so aber jetzt ist ne andere Sache wo sind wir? scheiße da sagst du was aber ich glaube warte mal hier vorne sind wir runter bestimmt ne 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 warte 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 folge mir du hast die Minimap du hast die Minimap ja ja deswegen sag ich ja folge mir scheiße Entschuldigung mochte ich hasse den Dschungel der ist nur so zugewachsen ist auch so wenn du hier was bauen sollst alter mach mal voll ihr Zeug also hier ist Wasser? ja oh man holt mich hier raus ne ich bin ein Star holt mich hier raus ja genau was fehlt noch dass es hier so Schlangen gibt oder so ne allgemein Tiere mäßig finde ich fehlt hier ganz schön was ja Tiere fehlen ja noch ne abwarten was die nächsten Updates so bringen oder was allgemein 2013 so kommt da bin ich echt mal gespannt so bist du jetzt lang gelaufen? so auf jeden Fall bin ich schon mal draußen wie draußen aus dem Dschungel hinter dir einmal drehen bitte so und dann war es das auch wieder mit dem Part hier wir sehen uns beim nächsten Part wieder wenn es heißt wir kommen nach Hause wir sehen uns bei uns